So, 3 Eine Aktion habe ich, oh Äh Ja So, 130 Lebe wie der Charlie Hier gehen eh alle auf mich Also go Das war gar nichts Du Monster Du bist du Pfeiffer Kommt ihr Hunde Traut euch Nett Was zur Hölle Da wo du her kommst Ah Netter Versuch Noch einer Oh Schön, schön, schön Ich bin Lilles Sohn Ich habe schon gegen Schlimmeres gekämpft Ja klar Ja 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 Wenn du glaubst alles, was eine alte Wälder wird dir sagen, wenn das jetzt korrupte Sett ist auf der Erde, hat er benutzt die Einwälder und die Zeit, die Dinosäuren, um seine Fähigkeit zu entwickeln. shut the fuck up mein Hund macht sich platt so weg mit dem fein charlie, fein mach sie alle platt charlie, mach sie alle platt ja gut so und ich mach den großen hier fertig versuchen die es hier überhaupt so da kommen ja nur noch, oh ich wollte ganz sagen da kommen ja nur noch Hunde aber guck dir ihn an er ist doch auch ein Hund aber ein anderer hä ja 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 ich bin beeindruckt das ist wie ne karte, was soll ich damit so charlie mach hier mal ein bisschen feuer hinterm arsch geile Nummer oh er ist ausgenockt geil der schon war weg nice der fleischen an den da ah erstmal hier dich bei dich charlie so weil der ist nämlich k.o. ach oder so hä ist aber ich bin sicher ich bin sicher dass du seine Interesse auf ich kann was hat das denn heißen hätte den einer auch noch gekillt Die Handtöbel Egal, Hauptsache, Fähigkeit ist Fähigkeit, hm? Wie ich sie bekomme, ist egal, Hauptsache, ich hab sie Ja, erstmal klau ich den Schlüssel, wie jedem anderen auch, danke dafür Und Mondsäcke platzieren Mit Sets Gunst werden alle physische Barrieren eingerissen, die dem Weg stehen Mauern, Barrikaden oder natürliche Hinterrisse zerbersten durch die Macht des Zerbrechens Hat der hier nicht stehen, der Pfeifenreiniger? Autumn does not answer Oh, was ist denn hier? Ah, aha Autumn, show me da weh Do you know the way? Easy hat keiner Schlüssel Oh Sorry, ich hab eine Statue kaputt gemacht Das war schon so, das war schon so It is what it is Ah, guck mal, neuen Platz zum Chillen Der verwitterte Gottesacker Oder Gottesacker 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 Alter, jetzt hab ich alle, echt, oh mein Ah ja Es ist... Es ist spät, Leute, es ist spät Wir haben zwei Uhr nachts, es ist spät Eh, ich hoch Ich darf, du und ich hoch Weißt du eh schon, was dahinter ist? Na komm, ich mach auf hier Lilliths Tagebuch Lilliths Tagebuch Meine Schwester sagt, dass es hilfreich sein kann Seine Gedanken niederzuschreiben So bewältigt sie das Chaos in ihrem Verstand Und es könnte auch mir bei der Bewältigung helfen Aber was soll ich hier denn sagen? Äh, ist dies der angemessene Raum meine Sehnsucht nach einem normalen Leben in Worte zu fassen? Jedes Mal, wenn ich die Märkte aus Transias besuche, beneide ich die Männer und Frauen, die in den völliger Ignoranz des übernatürlichen Wirbels um sie herum leben Ihre größte Sorge ist es nicht genügend Waren beschaffen Äh, ihre größte Sorge ist es nicht genügend Waren beschaffen oder verkaufen zu können Ich verbringe meine Tage und Nächte geplagt von Albtraum und des dunkelsten, des dunkelsten Bösen Na, was haben wir unten? Lilliths Altar Adam, da ist noch Seed Ich verbringe zu viel Zeit damit, über sterbliches Leben zu gröbeln Zumindest sagt Sarah das Wie es ist, sich zu verlieben, eine Familie zu gründen, einen sorgenfreien Nachmittag auf dem Land zu genießen und die Kinder über die Felder springen zu sehen Simpler, so viel kann ich gewiss sagen Sarah und ich verbringen unsere Tage und Nächte mit unseren heiligen Pflichten als Blatt nachkommen Und sie sagt, ich solle stolz auf unsere Arbeit sein, die die Menschen dieser Welt gefahrlos ihrer simplen Leben genießen lässt Aber was, wenn ich ein simpleres Leben will? Was dann? Könnte ich? Oh Was für ein bemerkenswerter Tag Wir haben eine Korrespondenz aus Amerika erhalten Speziell eine kleine Stadt namens Salem Zwar ist es eine Tragödie, was diesen Hexen erdulden müssen Ein Wahnsinniger Name des Hiram Shaw scheint unter den Magiebegabten ziemlich Aufruhr zu verursachen Doch Sarah hat einen grandiosen Plan, um ihm zu helfen Wir haben die Ritter von Wandergore mit einem Mondsiegel entsendet Hätte ich nur selbst gehen können und wenn denn nur Und wenn nur um etwas Neues zu erleben Sarah und ich haben wahrhaft Erstaunliches geleistet Wir haben die Abtei von Transia zu einer Stadt in den neuen Welt namens Salem verlegt Etwas von diesem Ausmaß und Geschichte über das Meer zu bewegen Ich war nicht sicher, ob es überhaupt möglich wäre Und doch sind wir hier, nicht länger im Schatten des Mount Wandergore verborgen Ich bin optimistisch, ich weiß, dass wir hier noch Arbeit zu tun haben, doch ich kann meine Neugier nicht bremsen Es ist hier so anders, viele neue Menschen zu treffen, viele von ihnen zu lernen Äh, viel von ihnen zu lernen Meine Schwester sagt, mein Geist sei zu frei, aber ich denke einfach nicht, dass es möglich ist Shaw hat seine Mühe neuerdings verstärkt und seine Grausamkeit bricht mir das Herz Ein menschliches Wesen zu hängen oder zu verbrennen ist vielleicht es Zu verbrennen? Vielleicht ist es das, wovon Sarah mich vor all diesen Jahren schützen wollte Wo ich früher unschuldige Freude sah, konnte sie jetzt nur noch Dunkelheit sehen Ich bin dankbar für die Männer und Frauen dieser Stadt, die Shaws Grausamkeit ablehnen Und ich denke, ich habe ein paar Freunde gefunden So, voll der Ritusraum hier Aufmachen, da ist ne Kiste Keine Kiste, aber Keine Ahnung, was das ist, das wird gescreenshottet Kurz Eröffnet Kurz offen Man kennt ihn Altar untersuchen Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Ich bin nicht sicher, wie du gefunden hast auf diesen Weg auf diese Weg Aber du hast natürlich beeinflusst die Gottes Just like your mother and I did you are being much calmer than I expected about all this You aren't the first member of your family to sneak away and attempt the trials. I remember raising more than a few eyebrows on my run This from the favored daughter of Oster. Oh I always respected Oster especially compared to some of her siblings and my mother I I think she saw something of herself in autumn, but she was never one to flatter the gods She seems to have no issue kneeling to chthon Is that really what you believe hunter Ganz ehrlich ich weiß es nicht At least you've kept an open mind. I'm not sure I would have I have tried to remain neutral until I know more If you've come this far, then there's really no point in hiding it anymore this place Sealed and hidden away beneath my mother's garden This was you again Something else you wanted to lock away Would you believe it's because I've been a stubborn old woman for far too many centuries? Yes This may be difficult to understand given what you've been told how you were raised But your mother isn't the bastion of evil the world knows her to be Yes, I know she was not the mother of demons when she was with my father There's more to it than that. I told you of her work to find a cure for his illness There was nothing she could do and when he passed she accepted his fate But then the corruption came for you I was sick I Do not remember that at all I'm not surprised given the cure You were so young so vulnerable Lilith was inconsolable if she had been desperate to heal your father She was now completely unhinged when it came to curing you But she did find a way We had thought to bury it in this place forever safe from not just the greedy eyes of petty men like Shaw But from ourselves The Darkhold Yes, and sensing your mother's desperation the damn thing called out to her There within its pages Lilith found a way to protect her child Straight from the great shadow himself, Kassan And as payment she pledged her eternal devotion to him Reborn as the mother of demons I'm I'm sure that it was not just that, I didn't know that I'm sure that it was not just that She only wanted more power for herself Lilith had no need for more power and certainly not at the cost of her only child But she is reveled in her time as Kathan's harbinger Has she? Do we really know what she believes now? But what she became What she became? I barely recognized She may have been your mother, but there was no way she could be your mother ever again And so you cast her out? She was weakened from the transition Some part of her soul still struggling with the corruption infecting her I suppose I knew I would only have the moment and so I Struck drove her from the Abbey from you It was the only way I could protect you in my mind and in my heart I believed that the Lilith I knew would have done the same But then she came back Yes, it took her years, but she finally returned Of course by then she had become something far different The rest, as you know, is history Until now I thought by sealing this place by avoiding the truth that it would somehow make all of this easier But I also knew someday we would have this conversation That was a mistake, I understand, I don't know what I should say I understand You were trying to protect me As you always do You've made this easier on me than it should be, kiddo But I can't say I'm not glad that you still believe in me We can only move forward from here We've spent enough time waiting through the past You'll get no argument for me there It had no sense, sich to streiten Auslöschung Verbraucht sämtlichen Helmut und, äh, Helmut Verbraucht er sämtlichen Helmut Um allen Gegnern in einen Gebiet Schaden zu verfügen 35 für jeden Heldenmut Ich kann nichts machen an dem Alter You're welcome to spend as much time here as you like, Hunter I haven't been down here Something among your mother's things I'm almost getting used to seeing you on your feet again Almost Seth has decided not He hears me, has no answers Einfach mal jedes Wort dann was probieren The goddess must be busy If it was here, Autumn would show me Must not be her perfect There is only so much, hippies can do I hadn't intended on eavesdropping, dear But I couldn't help but overhear your conversation with Sarah Did you know about my mother? Sarah was never any more forthcoming about Lilith with me than she has been with you She must have felt it was safer to keep both of us in the dark Aber zu welchem Preis? At the cost of a great deal of pain and suffering You don't have to tell me, dear Had I known what Sarah was hiding Maybe I wouldn't have pushed Wanda as hard as I did And to say nothing of what this did to you? It may sound ridiculous, but If someone had to end up this way, I'm glad it was me Can you imagine what a nightmare Sarah would be as a poltergeist? That is true We may have had another terrorist stalking the ground Had things gone differently And despite everything I have to say I'm glad we were able to spend this bit of extra time together, Hunter I enjoyed it too, Agatha I'm glad, dear But there are still more secrets to discover If you're interested More still? How will I know where to find them? Oh, I'd say Some combination of dumb luck and persistence But in all seriousness With Seth's blessing You'll be able to break down all sorts of things I imagine I'm sure you'll figure it out Just have fun, dear Hab einfach Spaß Geiler Rat So Hier kommt das Bauunternehmen Hier werden erstmal alle Wände eingerissen Nebelmoor Hier ist er jetzt, Seth Hier ist er nicht Hier ist heute ganz anderes wieder Lilles Tagebuch Etwas passiert mit mir Ist das der Preis, den ich zahlen muss für das, was ich getan habe? Mein Verstand rast Verzerrt von einem Strudel aus Finsternis Selbst mein Körper scheint sich von meinen Augen zu verändern Und diese dunkle Kraft sickert aus mir heraus Brotet herauf wie Öl aus der Erde Habe ich einen Fehler begangen? Und dennoch Wenn die winzigen Finger des Babys sich um meine wickeln Weiß ich wieder, ich habe das Richtige getan Eigentlich wollte ich die Pflanze aufheben, aber jetzt habe ich bemerkt, das geht gar nicht da Ein Platz zum Chillen Die stille Überquerung Ich habe gerade erst gelesen, neue Influencer-Zuflucht What the fuck is this? Steinpyramide Rätsel Schwarze Pyramide aus Arkanem Stein Von den Schwestern des Hexenzirkes geschaffen He does not seem interested in breaking that Hippist does not seem to have a problem Well that worked Dankeschön Rätsel entschlüsselt Easy piece of them squitty Ich verkünde zufrieden, dass der Hexenzirkel ausgerottet wurde Nach dem Schuldspruch durch mich und meine Gemeinde taten wir, was nötig war, um den Weg für eine bessere Zukunft zu ebnen Nun muss ich meine Aufmerksamkeit den Frauen der verfluchten transseandischen Abteil zu wenden Vielleicht besteht die Chance, Lilith aus der Reserve zu loggen und ihr meine Wahrheit mitzuteilen Falls die Möglichkeit besteht, dass ihr zuhört, muss ich es versuchen Hier im Schor Verfluchte Schwein Damon Hellstrom ist die Verkörperung von Macht, während er vor Schlammen steht und die Giri Und gierig eine Truhe mit unbekannten Schätzen angrenzt Diese Karte verkörpert nicht nur Ego und Gier, sondern auch Versuch Das Gericht Die Seelen, die Galactus Zerstörung anheimgefallen sind, klammern sich an das letzte bisschen Hoffnung auf Wiedergeburt Ob in ihren eigenen Welt oder einer anderen Diese Karte verkörpert Erwachen und Vergebung sowie wahrhaftige Selbstreflexion Oh, noch mal lesen Tagebuch von Hiram Shore Wie lange schon überblickt diese gewaltige Steinabteil meine bescheidene Kirche jetzt Ich kann mich nicht an ihre Anwesenheit erinnern und doch ist es, als hätte sie immer an diesem Ort gestanden Vielleicht wurden die Erinnerungen auf unnatürliche Weise verändert Wahrlich, mein Verstand spielt mir dieser Tage streiche Zweifellos begleit Erscheinungen der großen Markothorns, die mich jetzt durchströmt Und dennoch, diese Frauen, die mit ihr aufgetaucht sind, Neulinge und eindeutig keine Menschen Seldoms, die müssen untersucht werden Oh, ich hab was im Auge Oh, nicht schon wieder Ich hatte letztens schon was im Auge und es ging nicht raus Kennt ihr das? Oh, ich könnte kotzen, wenn ich sowas habe So, und damit ist der Weg In das normale Abteilgelände Geöffnet, gewappnet, ge Gelegt So, alle weiteren Erforschungen des Abteilgeländers und Sonstiges Würde ich sagen Machen wir in der nächsten Folge Kuss, kuss, kuss an alle, die eingeschaltet haben Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo, wie auch immer Wenn du nichts verpassen willst, wie gesagt, ein Abo da lassen Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge oder bei anderen Projekten Checkt gerne den Kanal aus Au da rein Tschüüüß